servus meine lieben freunde und ein herzliches willkommen zurück bei einem neuen video von von minecraft herbert 4 heute bei der dritten folge wie ihr seht habe ich schon eine eisenrüstung dazu möchte ich auch sagen ja wir haben auch schon einiges gebaut hier läuft auch irgendwo ein zombie rum deswegen wenn wir jetzt kurz schauen dass wir uns vor dem verteidigen natürlich auch ja ich gehe jetzt mal zu spawnen zeige euch was sich in den letzten tagen auf der war hier im server oder am server geändert hat oder getan hat besser gesagt wir seht hat sie hier einiges hat man hier einiges weggeholzt also wir sind hier hier ist das born es hat sich einiges getan wenn ihr das video seht müsste es mittwoch sein normalerweise wir haben heute montag sonntag haben wir begonnen und es haben alle direkt richtig reingesucht es sind auch alle immer im aufwesenden stritten aktiv online hier momentan sind gerade meine wenigkeit gaming live der station und masse 17 17 online wie ihr seht hat sich hier zum beispiel schon einiges getan hier haben wir zum beispiel das haus von gustavo 2012 hd also david er hat hier schon einiges getan weil er hat hier schon einiges gemacht da finde ich auch richtig cool das ist hier ins wasser reingeht weil ich natürlich da wird sich natürlich auch noch viel tun und dann haben wir da hinten dann haben wir hier luka und lukas die jene richtig richtig geile burg braun hier auf dem hügel drauf nicht richtig nice da werde ich mich sowieso später noch mal bedienen kommen weil ich brauche hier ein paar jahren später die haben mir auch schon ein schönes portal und hier ein elevator sehr schön und jetzt hier im turm richtig nice auch die person gefällt mir besonders gut ich bin sowieso ein riesen fan von burgen und ich finde ich sieht richtig nice dass hier oben im kleinen stall vom tor her also richtig nice man oben ja das sieht man hier schön zu david da oben bei den träumen genau hinter sporn und marcel ich weiß doch gerade es gab es oder nicht was der macht glaubt er war früher dienten fische fahren was man dazu auch noch wissen sollte ich war früher am aufnehmen und war dann fertig haben wir die aufnahme angehört und bin darauf gekommen dass sich das mikrofon nicht angeschaltet habe ja was soll ich da zu sagen hier hinten man sieht es jetzt nicht aber hier hinten ein paar blöcke in die richtung da wohnt lp tv und mit seinem team und in diese richtung noch ein paar blöcke da wohnt er der station er hat auch richtig viel vor ein richtig großes grundstück geklebt wie man das sieht mein schönes totkopf dort brauche ich und hier ist ein konstruktion dieser hier das ist makava und dem werde ich einiges zahlen zusammenbauen und da habe ich schon einiges vor und ja der wird hier hat er gemeint ein haus rausbauen ein sehr moderneres und wir werden das zusammen und natürlich verbinden ein bisschen hier zu meiner piratenhöhle man sieht bei mir hat sich eines getan ich habe hier ein feld mit karotten kartoffeln hier habe ich auch einen komposter automatischen man hört auch schon wir haben dorfbewohner aber da komme ich gleich dazu hier habe ich ein paar kühe drinnen die werde ich auch später vermehren weiter vermehren die habe ich auch schon ein bisschen ja hier haben wir vier dorfbewohner momentan die wollen sich irgendwie nicht weiterbilden keine ahnung oder weiterbilden quad pflanzen ich weiß nicht warum aber die lasse jetzt mal ruhe da wollte ich gerade habe ich gerade früher getradet ein bisschen dann habe ich hier mein anliegestick denn da hinten meine freunde baut gaming live und gleich hier im anschluss in diesen hügel den man hier sieht baut salzi das ist natürlich sehr schön wir können hier dann schön über den fluss unsere ganzen häuser verbinden und mit boten dann hin und her fahren dieser steck ist nur vorläufig werden hier in diese bucht diese bucht haben wir bis dahinten vergrößern ich werde hier oder wie man genau hier einen stau dann bauen dann hier unter den stau dann werden wir ein kleines oder ich werde das wahrscheinlich größteils machen ein kleines dorf bauen mit steg und allen rum und dran für als sozusagen das luka hier ein kleines dorf zu sagen und hohe wird einen hafen dazu bauen also so ein hafendorf ja da kommen wir hier zu unseren vorhaben werden natürlich bis auf die häuser werden wir viel zusammenbauen hier habe ich auch schon level 30 entstand da wir werden auf jeden fall ein haufen fahren wir wollen eine erfahrung haben wir wollen will ich ab wieder automatische kartoffeln und also eine bildschaffung für kartoffeln und für karotten dann werde ich so wie es aussieht also ich habe schon eine automatische zu kaufen gebaut so ist aussieht werde ich auch noch ein bildschapier habe ich schon gesagt werde ich eine automatische weit zu fahren machen denn weizen brauchen wir nicht so und maß deswegen werde ich die noch automatisch machen läuft doch irgendwo rum im kreis ich spiele ich jetzt extra nach ja was in dieser folge eben vorhabe ist ein bisschen zu zeigen was ich getan hat und dann vielleicht noch anfangen das loch für die reizeform auszuheben bzw ein paar kleinigkeiten die kühe vermehren das werden wir jetzt die folge machen ich habe ja vor bei die folgen kleinigkeiten zu bauen und den rest dann ein bisschen im stream ja so habe ich mir das gedacht und ja den toten kopf finde ich persönlich richtig richtig geil ich finde das sieht voll super aus hier mit dem portal man kann ja auch schön durchgehen und hier haben wir auch ja so kann ich gezeigt die automatische zu kaufen ich wundere jetzt nichts drin ist die habe ich gerade vorher ausgeleert und ja das war eigentlich mein ziel diese kleine fassade hier zu bauen man muss ja wissen auch dazu hier von dieser seite da geht es zum akraber und hier werden wir unsere farm rein bauen da muss man auch irgendwie gesagt dazu wissen dass hier dann auch wir können eigentlich den boden ausheben das werden wir diese folge machen oh hier ist kollege dazu muss man auch noch wissen dass wir was ich mit akraber hier vorher eben ein haufen farben zu machen und ich möchte wie gesagt gerne hier dann den boden so mit moos ein bisschen moos stein und ja ich werde mal hier gleich dem wie gesagt den boden raus nehmen und ja auf jeden fall werden wir dann wieder was dazu gekommen werden wir bis da drüben das machen weil von der anderen seite wird dann wo wir uns entgegen kommen als makraber und ja wie komme ich jetzt raus kann wir werden das ganze hier mit bisschen mit bruchstein bis sie mit ziegelsteine auslegen und das jetzt müssen wir nur mal kurz gucken wie wir das hier machen mit ganze so ja wir haben jetzt mal wir werden jetzt mal noch schnell unsere feld allein hier abernten später weiter hier waren die vergiftete dabei damit wir später weiter trainen können mit unserem dorfbewohner und vielleicht auch später folgen bis sie was zu finden haben natürlich kommt unten dann noch ein gehege für die kühe hin oder vielleicht mal etwas da oben hier oben auf dem berg da habe ich übrigens auch eine weizen farm ich glaube ich habe jetzt noch nicht angesehen die faste stecke das beste die kann ich ewig schließen sondern gehen wir noch mal nach oben weil dann kann ich später gleich unsere kühe noch vermehren das machen wir noch in der folge ja ich habe wie gesagt ein bisschen gezeigt ich werde jetzt mal streamen wenn man soll jetzt nicht streamen wird und dann vielleicht noch ein stream bisschen was weiter bringen dann werde ich vielleicht noch die automatische farm bauen heute ich denke das sollte heute noch gehen ja ich würde dann auch ich würde mich auch gerne von euch verabschieden in diesem sinne und ja ich hoffe euch gefällt das projekt soweit und ja würde dann sagen danke fürs zuschauen meine freunde und schaut auf jeden fall bei all den teilnehmern des projekts vorbei bezüglich alle die was halt aufnehmen und streamen und ja ich würde dann sagen danke fürs zuschauen meine freunde schaut bei allen vorbei wie gesagt lasst ein like da lasst ein abo da aktiviert die glocke und wir sehen uns dann im nächsten video wieder servus